Jo Leute, was geht ab? Wir haben uns noch eine neue Folge hier in... What the fuck? Was war das gerade, Gregory? Wir haben uns noch eine neue Folge hier in FNAF's Security Breach. Wir haben die Augen von Roxy rausgerissen. Ja, nicht so schön. Müssen jetzt weiterziehen und jetzt jagt sie uns hier. Ich habe in der letzten Folge schon angefangen, aber habe leider ein bisschen verkackt und wurde leider gefangen. Und ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt hier weiter. Und ich glaube, wir nähern uns, wie gesagt, im Finale. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt noch den lieben Monty ausschalten können. Aber wie gesagt, wir brauchen ja noch, wir brauchen ja noch, wir brauchen ja noch, wir brauchen ja noch, wie gesagt, ähm, ein Parti... Was? Die hört uns, glaube ich, richtig stark an, das sei? Die blöde Kuh, Alter. Oh, die sind... Oh mein Gott, Alter, die durchlaufen können. Wo muss ich lang? Oh mein Gott. Wo ist sie? Mach das Licht an, Gregg. Ich mache das wieder wie davor. Sie erst mal dort rauslocken. Hier rauslocken, genau. Komm mal her. Oh, 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 can't be sue Mounds! Rennen, renn, 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 rein, renn, 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 r率, ablicken, ablinken, renn, 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 renn! Hier schnell, 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 schnell! Hier durch, hier durch, hier durch! Oh, mein Gott! Junge, diese Roxy ist geistesgestört. Also ohne Augen und wie sie rumrennt, sie hat auch gute Ohren, ne? Sie hat uns eh immer gehört, wenn wir kurz gelaufen sind. Gelaufen haben, was ist das richtige deutsche Wort? Der deutsche Satz? Ich kann kein Deutsch mehr. Egal, wir gehen weiter Jetzt holt sie, Roxy Hol da einfach alleine, du blöde Kuh Niemand mag dich Ich mag dich gar nicht Also ich weiß nicht, wer sie mag Mögt sie, Roxy? Ich mag den Freddy Er ist der Beste Aber, ähm, wir gehen jetzt mal weit Digga, halt doch deinen Maul, wirklich, ähm Die lebt ja doch noch Renn, renn, renn Ey, zieh nicht sterben, ne Wenn ich jetzt nicht sterbe, ey Dann raste ich komplett aus, wirklich Was habe ich gerade gesagt? Äh, ich habe gerade irgendwas angefangen Ich habe es wieder vergessen, Leute Irgendwas mit dem DLC oder Ach, ist auch egal, Leute Oh mein Goooooooood Ich habe nur noch kein Arbeit gemacht Vom Sponsi hier auf einmal Ey, mein Herz pocht gerade Wirklich krass Ungelogen Die ist immer noch bei uns Geh doch mal weg jetzt Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne Dann raste ich aus Ich kann jetzt nicht sterben Ich wollte gerade speichern Aber die war dann bei uns, Leute Deswegen konnte ich nicht speichern Das ist das Problem Kameras kurz rausholen Wir können den Freddy holen Stimmt's Da ist aber Roxy immer noch am Start Geh doch mal weg jetzt, Roxy Geh mal runter oder so Fahr bis mit deinen Autos Keine Ahnung Nervt doch nicht Kann ich Freddy hier rufen? Ich kann Freddy nicht rufen Dort vorne ist die Wenn ich jetzt einen Schritt rausgebe Willst du uns hören? Glaube ich es zumindest Weil ihre Augen sind, wie gesagt Sehr, sehr, ähm, genau Gut speichern Wenn ich gespeichert habe Ist das okay Dann, dann Oh Gott, Alter Endlich So, raus hier, raus hier, raus hier Raus hier, raus hier, raus hier Bloß, raus hier, bloß, raus hier Roxy ist gestört Jetzt ist eben die Frage Müssen wir jetzt den Freddy upgraden? Kommt da noch was? Oder ist da schon das Finale vom Spiel? Ich weiß es nicht ganz So, dann Roxy Upgrade Ich weiß jetzt nicht Was Roxy eigentlich für Fähigkeiten bringen Können wir durch die Wände vielleicht sehen? Oder was war das? Oder irgendeine bessere Sicht? Vielleicht können wir auch irgendwie Geschenke oder Sammelnobjekte Dann hervorheben mit den Augen Ja, keine Ahnung Die werden sehen Erstmal warten Ich würde mal sagen Wir müssen ein Vierheck drücken, genau Aber ich will nicht so schnell sein Nicht, dass die Sammeln bestrafen Oh Gott Es geht instant los, Leute Ja Das ist dann Erstmal einfach, aber dann Wird es, glaube ich, noch schwieriger sein So, Augen rausnehmen mit Vierheck Und dann nochmal Vierheck, ganz vorsichtig sein Lass mich raten Vierheck Ja, was war ja doch klar Dann Vierheck Ah, so geht's rein Schöne Augen hast du, Freddy Das sind die Augen von deiner Freundin, Roxy Jetzt Fokus Ja, ja, das ist okay Okay, gut Alsheimer kommt noch später Ich hab schon wieder fast verkackt Ich hab mir gedacht Oh, ich hab's wieder vergessen Aber dann ist mir wieder eingefallen Aber Alzheimer Anfangsstadium, Leute Ich mach mir schon langsam ein bisschen sorgen Hier So, Alzheimer Test 2 Mal gucken, ob ich das hier mir Äh, mir, mir, mir Mal sehen, ob ich das mir merken Ich kann nicht mehr sprechen, Leute Ich glaub, das geht Es fängt an, Leute Mit meinem Alzheimer Ich wollte sagen Das werd ich mir schon hier merken Diese einfachen Tasten Und diese Kombination Scheiße, Leute Ich hab Alzheimer So, Alzheimer Test Nummer 2 Also Wirklich Wenn das jetzt mal Schief geht Dann Geh ich morgens zum Arzt Und lass mich kurz abchecken, Leute Alter Schwede Das ist ja nicht mehr lustig So Ja, ja, ja Ich will nicht mehr Es reicht Oh mein Gott Es reicht Es reicht Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Ich bin alt, Leute Ich will nicht mehr Alter Verdammt Ich muss morgen Gedächtnistest machen, Alter Wirklich, äh, mein Gehirn wird von dir Gedächtnistest, Mathe-Test, Logik-Test, alles muss ich morgen wieder machen Mein Gehirn wieder auf, 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 Hochbetrieb stellen Tatsache, ich kann doch durch die Wand sehen Wirklich? Ich wusste nicht, dass Roxy durch die Wand sehen könnte Diese sind Roxy's Augen? Ja, 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 da war ein Erkrank in der Rennstelle Ist sie okay? Ja, nein Sie läuft noch, also, sie läuft noch Die Hauptsache, Roxy's Augen, verwende Roxy's Augen, um Dinge zu sehen, die sonst keiner sieht Tatsache, also, ne, krass Oh, nein Entkommen aus dem Pilzerplex, es fängt jetzt hier echt an Und ich kann auch nicht mal speichern, das ist ja voll eklig Oder? Dass ich nicht speichern kann? Kann ich nochmal Richtung Dings gehen? Ähm, Richtung, Richtung Speicherplatz? Zum, zum Dings, ähm, Aufladestation oder so? Geht das irgendwie? Ich muss jetzt echt einfach rausgehen, Leute Also, ähm, ja, jetzt ist eben die Frage, was am Ende wollen wir denn nehmen? Ähm, ja, das geht schon schnell irgendwie, ne, muss ich sagen Also, schon krass Ich würde sagen, wir nehmen, ähm, einfach den Ausgang, oder? Und dann, ja, dann am nächsten Tag, dann ist die jetzt sie Also, wie gesagt, wenn ihr alle Enten sehen wollt Dann, wie gesagt, meine anderen Videos abchecken Ich werde mal, glaube ich, verlinken Die einzelnen Videos Noch vor zwei Jahren waren die Videos schon, glaube ich, ne Schon echt alt, ey Noch ein bisschen cringe, muss ich ehrlicherweise gestehen Ich sehe nichts Das ist voll eklig, dass ich nichts sehe Ich kann es auch nicht benutzen, ne Die, 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 die Maschine Ich sehe nichts, Leute Ich sehe nichts, Bro Das ist so reudig, ne Komm mal her, kurz Freddy Freddy Sollte jetzt erstmal schnell sein, weil Ähm, so kommt der jetzt nun her? Keine Ahnung, ne So, ist hier ein Ausgang Können wir hier raus Richtung Haupt Oh mein Gott Kann ich hier nicht raus? Ich kann doch hier safe irgendwie raus Ich muss jetzt schnell sein, Leute Ich will jetzt hier ungern Nochmal alles hier verkacken Ist hier der Weg nach draußen? Leute, was meint ihr? Ich weiß es nicht mehr, ob es hier ist Fuck Ne, 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 ne Das ist der falsche Weg, Leute Hier vielleicht? Ne, warte, warte, warte Hier ist, glaube ich, ein Lagerhaus, ne? Hier war, glaube ich, auch sogar ein Ausweg Oh Gott, 5.54 Ne, 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 warte Hier lieber nicht hier rein Äh, noch 6 Minuten haben wir Ich werde verkacken Ich werde verkacken Ich komme nicht raus Scheißen, Dreck Ja, es ist vorbei It's over Oder? Ne, ist doch nicht vorbei Es ist noch machbar Irgendwie Freddy, Freddy Ich glaube, das war kackt, Leute Ich hab's leider reingeschissen Verkackt, verkackt, verkackt Oder? Hab ich verkackt? Oh mein Gott, ey Ihr dummen kleinen Knechte 5.56 ist jetzt schon Ich glaube, ab 6 Uhr, äh Dann wird er uns dann fangen Glaube ich zumindest Da sind noch mehr Geschenke und so Keine Ahnung, Alter Ich weiß nicht mal ganz, was das für ein Ende ist Ich hoffe, es ist ein gutes Ende Ach nee, warte mal ganz kurz Es ist noch nicht das Ende Das Ende kommt noch Nein Nein, 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 nein Das kannst du sowas vergessen Ich gehe jetzt mal hier raus Wie gesagt, werde dann die ganzen Enden verlinken Die ich dann, ähm, schon gezeigt habe Und dann wird das DLC Danach rauskommen Ähm, und dann werde ich's jetzt playen Am Release-Tag Bin echt gespannt drauf Bin schon auch irgendwie ein bisschen gehypt Wieder mal so ein Spiel, wo ich ein bisschen freue drauf Ja, und auch Erstmal noch nicht so früh freuen Noch nicht so früh freuen Noch nicht so früh freuen Ich höre, sein Alter, deine Fresse, du trägst Mut Alter, du, ich hasse dich Oh, endlich Wir haben's, glaube ich, geschafft's Geh raus, geh raus, geh raus Alter, let's go Nein Ich kann nicht diese Fassilie Natürlich, du kannst Komm, wir können dich irgendwo hängen Without a recharge station My systems would shut down within an hour It is a safety precaution It is my design This is where I must stay Do not return It will never be safe I will miss you Freddy If I leave now Nothing will change, will it? There will be more disappearances Yes I am afraid That is correct Gregory You have a choice Don't go away You can go Or You can continue to investigate The secrets of the pizza plex I feel there is something else going on Besides Vanny Ich glaube, ich werde einfach gehen Also normalerweise würde ich jetzt hier bleiben Und noch alles erkunden Aber wie gesagt Ich habe schon an Lenden gezeigt Und, ähm Ja, ich wollte es mal durchspielen hier Mich ein bisschen vorbereiten auf das DLC Ihn ruin dann Ähm Freddy, sorry Ich würde gerne bleiben Du bist so ein Ehremann Ich Boah, es tut schon ein bisschen weh Der ist schon riesig düster, Freddy, muss ich sagen Die Art, wie er redet Wie er uns vermisst Aber wir gehen Ciao, Freddy Jetzt bin ich mal gespannt Ich glaube, das ist aber kein gutes Ende Das kann ich mal so sagen Wir werden sehen Gregory rennt weg Ist aus pizza plexig geflohen Aber ich glaube Ähm Leider wird das Ende Wie gesagt Nicht so schön sein Später Gregory ist obdachlos Und ist, wenn Kinder vermisst Immer noch Und Vanny hat ihn entdeckt Kein gutes Ende Also Ich glaube, das Wahre, gute Ende ist Wenn du halt in den Keller gehst Wie gesagt Zu dem, äh Springtrap Ähm Das ist schon eine krasse Sache, ne Okay, Leute Da würde ich sagen Erstmal durchgespieltes Spiel Habe ich ein bisschen vorbereitet Auf diese ganzen Sachen Die hier abgehen werden Ich bin sehr gespannt Auf das DLC Was wir dann morgen spielen werden Ja, am Releasetag Ähm Ja, da würde ich sagen, Leute Ähm Alle Enden unten verlinkt Ähm Die ich gespielt habe Wie gesagt Schon drei, viermal erwähnt Ich weiß aber Nochmal Für die, die vielleicht vorspulen Ich habe es unten verlinkt Die ganzen Enden Und, ähm Ja, da würde ich sagen Wir sehen uns dann Beim DLC Ähm Werde mich da Werde mir nichts reinziehen Werde da einfach Unvereingenommen reingehen Und gucken, wie es wird Bin sehr gespannt drauf Dann, wie es sagen, Leute Gerne einschalten Morgen dann Ich führ Part 1 In DLC Rune Ähm Freue mich schon sehr auf euch Dann, wie es sagen, Leute Gerne supporten Liken, kommentieren Seht ihr gesund Und dann Bis morgen Beim DLC Bye-bye Macht's gut Und noch einen schönen Tag